Ich bin die Mau von der Mount Everest Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst dir von der Zugspitze weg Das sind die geile Packs, was spiele wir? 83 plus Das hier Ne, wir müssen mit einem kleinen Anfaller Acht seltene 82 Mit denen fangen wir an Mit denen fangen wir an Ah, die 25er fangen wir an 25er fangen wir an Mit den Promos Ja, 25er Dann noch ein Draft Und dann Ne, Draft schickt nicht Ok, was soll man da machen? Wolter Wolter, rein da Wolter, Überraschungsball mal wieder Wolter, Überraschungsball ist aber auch geil Wir können aber wieder Ein ganzes Spielüberraschungsball machen Ah, der Buff Ok, dann nimmst du wieder der Buff? Ich bin der Buff Ja, Buffy Ok, schnick jetzt Schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnuck Ich geh heim Buffy muss Buffy muss auf die andere Seite Buffy muss auf die andere Seite Survival Wolter habe ich aber eigentlich mehr gefühlt Muss ich ehrlich sagen Ist auch lustig Also könnte man normales Survival Geht auch normales Survival Beim normalen Spiel könnte man eigentlich auch mal machen Ist auch geil Schnick, schnack, schnuck Schnick los Was machst du? Ich behalte es nicht Behalte ich Ich hab keinen Bock auf Japan Ich behalte Ich hab erst einmal gedrückt Komm, bleib bei Japan Bleib bei Japan? Das ist ja Frauen-Japan Das ist doch geil Geil Ah, können nur gegen Frauen-Teams Dann gehts nicht Oder du musst bei Frauen-Teams Zufall drücken dann noch Einmal Ja Okay, dann mach ich bei Frauen-Teams nochmal Ja, alles klar Okay Ach, fick dich doch Ach, fick dich doch Ach, fick dich doch Komm rein da Ich komm mit meine kleine Japanerin Hey, er kommt mit der Franzose Oh Guck mal, ob du ein anderes Trick hast Ich würde gerne mit dem hier spielen Willst du weiß von mir sehen, du Wutz oder was? Ja, geht nicht, ne? Willst du weiß von mir sehen, du Sau? Wow Wow, Jafat gegen Frankreich Ja Schnick, schnack, schnuck Es ruf dir was aus im Plätzchen Ich nehme mir was mit Wände Die Wutz nimmt bestimmt was, wo es sehr warm ist, wo viel geschwitzt wird Boah, Mailand mit Wände Gutes Game Oh, die gehen aber wild ab hier, die Mädels Die Mordels Oh, Mardel Nein, Mardel Ach, scheiße, die sind Was hatte ich überhaupt für einen Wust? Ist die stark dahinten? Mardel Für die Skills aus Mardel Oh, Mardel Ach, Mardel Ich bin ein Bayerisches Girl Scheiße, Smardel will da hinrennen Komm, Mardel, mach zu, mach zu Ich kriege keinen Wust Gib mir doch mal den scheiß Wust jetzt mal Hallo Komm, hol doch mal den scheiß Wust jetzt ab Nein Nein, Smardel Ja, die klebt da rein Ja, klebt sie den rein Hasagawa Hasagawa Oh, macht sie ganz fein, der Ninja Ja Ekelhaft gespielt Ja Das zensiere ich mich von Ich finde bei Volta bringt Passspiel-Boost gar nichts Ach, Digga Ach, du Scheiße, ich werde dir schon wieder vorgeführt bei dem Volta-Kack Ja! Hasagawa Mach deinen Jubel, Hasagawa Das ist halt meine Distanz Juhu Hasagawa Was ist denn los mit den Französinnen, geht nix, hä? Digga, ich weiß, warum bin ich denn so scheiße hier grad? Guck was sie macht, Wuh, Wuh Hey Tempo-Boost, scheiße Hey Hab keinen Boost mehr Oh, net schießen-Boost Ja, schöner Boost Ich fehlte Spiel... Angst, Angst Ich bin zu'n Angsthasefußball, ne? Ja, total heute Morgen Boah, fuck Digga, das... Erzähl's mir nix Yamashita Deine Japanerin ist 1,10 groß Guck dir das an Guck was der das spielt Script is real Nein, warum mach doch einfach Hallo Hallo Ein Spiel kann man so lesen von deiner Französinnen, ne? Digga Komm, was nimmt man mit? Oh ja, schießen? Fein Ich muss eigentlich sagen... Digga kann ich eigentlich gar nicht sagen Bei den Models Alter, Models was... Es gibt's... Da geht nichts rein Was ist denn ne Brilleputzer? Och, Baghetto Jaaaa War wieder mein... Was ist? Was ist? Zeig dich So, ich... Er geht gar nix Ich hab wieder Pass-Spiel-Boost Was ist denn das für ne Scheiße? Ich kann einfach besser umgehen mit Frauen Das war schon immer so Was schafft ihr denn? Guck mal, was ihr da macht Mia mia Was ist das Junge? Ja komm Was haben wir noch? Neun Sekunde Guck mal, komm Was schaffst du denn? Guck Ganz lässig machen die das So unfair So unfair Japan Japan Schieß im Boost Schieß im Boost Schieß im Boost Ja, ja Hepp 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 Hep Hepp 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 Keine Show Ich hab keine Show seit morgen Das ist deine Karate-Kämpfer da. Dinger, die sind so gute Ninjas. Guck mal, was die mit Frankreich machen. So hin und guck mal, wie die verwehrt rumläuft, ne? Oh, Tempo-Boost. Ja, jetzt ist der Boost weg. Ich muss einen Boost sammeln, dir. Ah, ich krieg wieder Pass. Was ist das denn? Ja, und ich stehe wieder offensiv des Jahrtausends. Und das war's wieder. Oh, Gott. Guck mal, was du spielst, ne? Das ist auch schlecht, was du spielst, ne? Es geht nix rein! Mann! Hör auf, hör auf, hör auf! Ist die Stark, Digga. Was hast du da am Tor? Was? Scheiße, ich lieb die Japan-Frauen. Was? 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 Was ist denn da der Torhüder hinterrinne los? Das ist ein dicker, geschwollener Finger. Ich spiel sie gerade mit vier Fingern in einer Hand. Guck mal! Guck mal! Paar-Spiel-Boost! Guck mal, wo die hinpasst! Ah! Ach nein! Es geht nichts! Renn doch! Ah, ja, na klar. Ah, danke, dass du mal reinschießt, Schwester. Digga, was ist mit deiner Japanerin? Was sie schafft, die Schwester, was sie schafft. Ach ja. Ach. Die Statistik will ich sehen, Bub. Die Statistik will ich sehen. Du bist einfach nur kalt, das ist dein Problem. NAKESHIMAYA! Mach deine 25-Kartwechsel auf eine Halbdienst. Bring mich wieder rein, bitte. Fahr mich wieder rein. Digga, die kriegen jetzt erst mal Straftraining unter der Dusche. Meine Französinne. Mit Schlepphode. Mit Schlepphode. Alle an die Wand oder was? Ja. Bock stark, Timo. Ja, Jungs. Jungs. Hallo, 25er bitte. Das hier, ne? Nein, haben wir 25er erst mal gespielt. Ach so. Lehme ich mir nicht so weit aus dem Fenster. Gut, guck ich mal rein kurz. Wahnsinn, Alter. Noch eine Runde, ja, kommen noch ein paar. Safe, wir gehen auch wieder mit Frauen, ne? Safe, ist gut. Ist gut. Das ist ja Rival, nächste. WL-Vibes bei Volta. Was die alles verschossen haben. Chill gerade am Poolrand in Kroatien. Oh, Ehre. Ey, was geht bei dir da ab? Maestro. Ah, ja. Si, Correa. Meine asianische Freund. Genau. Denk ich mal, dass es der Witz ist. Oh. Ah, bravo. Bravo, bravo, bravo. Das ist künchend unangenehm. Unangenehmer Witz. Ich distanziere mich auch von sowas. Ich distanziere mich auch von sowas.